die Quatsch Apropos, du bist Partner, Alter! Ja Partner! Ich meine, hast du dich noch nicht selber gefeiert? Das ist jetzt eine persönliche Frage, das interessiert mich jetzt vor allem, ich denke, das interessiert auch andere. Wie läuft denn das ab jetzt? Das heißt, da kommt jetzt Werbung vor dem Video, habt ihr die Werbung gesehen? Ich weiß nicht, ich hab keine Werbung gesehen. Und dann, äh... dann wächst dein Konto, oder wie? Ja gut, über sowas darf ich eigentlich gar nicht so sprechen, also wie viel Geld und so ich bekomme. Ja, das ist halt Werbung, aber Werbung kann ja mittlerweile jeder draufschalten, kannst du auch machen bei Minecraft. Man kann die Videos monetarisieren direkt, das machen fast alle glaube ich auch bei Minecraft, weil Minecraft braucht man keine Lizenz und ich bin halt im Partnernetzwerk bei TGN, weil die haben die Lizenzen zum Beispiel von GTA und so und deshalb kann ich die auch monetarisieren und die Werbung davor klatschen. Und dann kriegst du 20 Euro pro Klick. Natürlich, so viel auf jeden Fall, ich werde reich. Oh, scheiße! Ah! Ah! Nee, aber bitte frag mich nicht jetzt in den Kommentaren oder so. Alles klar, natürlich. Nee, die Leute meine ich. In den Kommentaren halt, wie viel ich verdiene oder so, das darf ich nicht sagen. Nein, es ging nicht um wie viel, nur um das Prinzip halt, also ich hab mich selber ein bisschen interessiert. Ach so, okay. Super 6. Weil ich floriere ja quasi selber grad hier und da muss ich mich ja auf sowas schon mal gefasst machen. Ja. Er denkt direkt ans Geld. Nee, ich glaube um Geld geht es mir gar nicht. Es geht mir um die Kohle, ums Cash. Nein. Ich hab nur 6 Samen jetzt gesammelt. Ja, siehst du, darum geht es nämlich. Um die Samen. Oh ja. Das leckt bei mir so derbe, es ist unfassbar. Aber ich weiß nicht warum. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass es mit anderen Texture Packs flüssiger ging. Das hat nämlich auch... Ah, da hab ich noch, da hab ich noch ein passendes Kommentar für dich. Und zwar... Ähm... 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 Ähm, ja. Muss ich suchen. Muss ich suchen. Muss ich suchen. War nämlich gut. Passt zum Thema... Scheiße, bin ich grad nicht. Egal, auf jeden Fall stand da drin, du sollst dir Dings runterladen. Ähm... Optifine. Optifine, genau. Habe ich das nicht schon mal probiert, oder warst du das? Äh... Weiß ich nicht genau. Also ich hab's noch... Warte mal, geht es überhaupt noch bei dem Update jetzt? Mh... Ne, ich glaub auch nicht. Geht gar nichts mehr, also. Ja. Ach, deswegen lag das bei mir auch so. Das kann's sein. Ja, was machst du denn da unten? Siehst du mich hier oben? Juhu. Juhu. Hallo. Scheiße, ich brauch Essen. Ich sterbe hier. Ne, ich glaub nicht. Ich kann nicht sterben. Also verhungern. Glaub ich. Wenn nicht, hab ich halt Pech gehabt. Dann hast du verkekelt. Ich muss gleich ein bisschen bei dir schnorren gehen. Bus. Mit Fressen. Wir haben vorhin schon Brot gegeben. Boah, das hat keiner gesehen. Brot für die Welt. Ich hab hier noch, in dem Let's Play noch keine Wolle, also Farbe, farbige Wolle gemacht. So eine Boden aus Wolle. So eine Boden aus Wolle? Das mach ich jedes Mal in. Meine Häuser, die sehen immer gleich aus eigentlich, außer das hier. Sieht anders aus, weil wir da in den Berg reingebaut haben. Hab ich eigentlich erzählt, dass ich Anwärter bin auf Haus der Woche? Ja, in Haus der Woche Nummer 2, da sind wir an deinem wunderschönen Haus vorbeigelaufen. Ja, da habt ihr mich verarscht, Leute. Was? Da würden wir niemals machen. Habt ihr jetzt vorbeigelaufen? Hier, Haus der Woche, hier. Haha, nein, natürlich nicht, habt ihr gesagt. Da habt ihr mich voll verarscht. Da hab ich mich schon gefreut. Ich so, Bus. Ja, sorry, da war nur ein Loch. Ja, ja, aber verarschen müsst ihr mich trotzdem nicht. Ich mein, das ist wohl das schönste Loch der Welt. Oh ja. Was hast du da eigentlich vor? Ja, das wird man sehen, Leute. Das wird man sehen. Alles zu sehen auf meinem neuen Kanal. Ich will jetzt sogar eine Werbung machen, aber... Stimmt, du kannst ja auch dann ein paar Server-Videos machen. Ja, ich mach dann vielleicht schlechter für den Server, aber das ist ja egal. Weil es geht ja dann hauptsächlich um ein Loch. Ich supporte mein Loch im Internet. Du bist so eine Nutte, ey. Das ist unfassbar. Apropos Nutte. So, vergisst du eigentlich auch im Real Life zu essen? Ähm, ab und zu ja. Masterritter285. Und Daniel, frage ihn bitte im nächsten Video. Achso, ich soll dich fragen im nächsten Video. Ja, natürlich. Und Guna, bitte den Kommentar deswegen nicht löschen. Lösch den Spaß. Lösch ihn einfach. Nein, Quatsch. Natürlich. Du sollst essen. Ja. Das kommt drauf an. Oder? Ich bin eigentlich fett. Also ich fresse so viel, dass ich das eigentlich gar nicht vergesse. Nee, Spaß. Äh. Ich glaub ich mach hier... Was tust du? Das hat kein... Scheiße. Was? Scheiße, scheiße, scheiße. Was machst du immer? Hey! Hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat mich getötet. Du hast geklaut, Digga? Nein, ich bin aus Versehen auf deinen Samen gesprungen. Du kannst einfach klauen hier. Nein, ich bin drauf gesprungen von oben. Er hat geklaut. Du Sau, du hast mich jetzt das zweite Mal getötet. Dann kann ich dein Holz mitnehmen hier. Nein, mein Holz ist mir. Das wäre echt aus Versehen. Das ist mein Eimer. Ich hab dich auch aus Versehen nur getötet. Ich hab mein Schwert nur aus Versehen rausgeholt. Nee, ihr könnt's in der Aufnahme sehen. Ich bin da runter gesprungen. Aus Versehen auf dein Feld. Und ich hab's direkt wieder angeklangst. Dann hast du aus Versehen mein Feld abgeerntet hier. Du hast vorhin gesagt, du bist auf der Suche nach Samen. Und dann bedienst du dich natürlich an den besten Samen der Welt. Nein, ich hab... Ist verständlich. Aber nee, da spiel ich nicht mit, Freunde. Nee, geh weg, hau ab. Hast du Hunger? Hast du Hunger? Ja, hast du Hunger? Hast du Essen? Ich hab Hunger. Ich hab... Ja. Achso, nee, ich hab ja... Danke, dass du mich getötet hast. Weil jetzt hab ich noch mal... Keinen Hunger. Jetzt hab ich keinen Hunger mehr. So. Ja. Kein Ding. Immer wieder gerne. Yeah. Nee, lieber nicht. So, komm, wir gehen mal runter. Ich brauch, äh, Rohstoffe. Runter? Runter. Jetzt hier. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Daniel? Gibt's noch ein...? Hab ich auch nicht gehört, jetzt. Einmal... Bauch, jetzt muss ich erstmal den Creeper in meinem Zimmer kaputt machen, oder was? Ja. Hast du meine Cola eingesammelt? Ich hab keinen Cola eingesammelt. Nö. Siehst du erstmal den Creeper töten, ne? Sein Creeper? Kein Creeper hier? Ich brauche Cola. Er ist kein Creeper. So, da ist doch bestimmt irgendein Cola. Ja, da ist eigentlich... Ich lass uns hier abgebaut, Alter! Wo denn? Du hast hier voll gewütet! Ja, in meinem Privatkeller. Achso, ja, ich brauchst du Steine... Ich brauchst du... Ich brauchst du Steine. Auf jeden Fall. Was mach ich denn hier? Was mach ich denn jetzt wieder so peinlich? Steine... Steine brauchen mich. So. Dann haben wir... Dann haben wir eine Eisenachs. Die brauchen wir auch im Moment nicht. Wir brauchen... Äh... Wir machen uns mal ein neues Schwert. Wenn wir da gleich runter gehen. Ja toll, und du hast meine Tür aufgelassen. Das heißt, der Creeper könnte jetzt überall sein. Meine Tür ist zu. Das ist das Wichtigste. Der kommt ja nicht ran. So, was brauchen wir denn? Spitzhacken brauchen wir auf jeden Fall. Auf every Fall. Ja, wir wollen ja Steine zusammen. Stoney. Dann mach ich mir noch eine Spitzhacke. Eine Spitzhacke. What the fuck? Warum hab ich jetzt XP bekommen? What the fuck? Ich hab Eisen aus dem Ofen genommen und hab Erfahrungspunkte gekriegt. Ja. Mach dich so cool. Das ist ja auch neu, wenn man Kohle abbaut und so, dass man da auch Erfahrungspunkte bekommt. So, geh mal hier runter, das? In die altbekannte Höhle? Ja. Einen Moment. Ja, dann geh ich doch schon mal runter hier. Was brauch ich? Holz? Brauch ich auch nicht so viel. Ähm... Aber ich brauche... Kohle samm ich gleich. Ja, ich hab Fackeln. Da fällt mir eine Frage ein von GTA San Andreas VIP. Schon wieder. Hey Guna, kannst du nicht mal deinen Skin ändern? Und zwar in Link aus Zelda. Das fände ich so cool. Ah, stimmt. Ich hab jetzt Spider-Man. Aber es ist nicht so schön. Den Skin zu ändern, oder? In Zelda schon, ja. Hm? In Link meine ich von Zelda. In Zelda. Ja. Ach so, Fack, ich hab gar nichts zu essen. Brauchst du da nicht? Doch, du musst von unten doch was essen holen. Ah, Zombies schlachten hier und dann hast du so rottetes Fleisch. Ihhh. Das reicht. Das reicht für dich. Äh, ist mir nicht geheuer. Wo bist du denn? Bist du ganz runter gegangen, oder in deiner Mühle? Ich bin schon unten. Ja, ich chill' schon hier unten. Oh, Creep Man. Also, äh, wo bist du ganz runter gegangen? Ich bin die... Ding, die Treppe runter. Die ganz lange Treppe. Oh, bitte. Das ist so ein Fehler, ohne Essen dahin zu gehen. Oh, Creep Man. Oh, Creep Man. Explodier bitte nicht sofort. Du, duf, duf, duf. Bam! Oh Gott. Ich brauch' unbedingt Essen. Also, jetzt noch nicht, aber... Das ist mir nicht geheuer. Wer macht denn sowas? Wo war denn die Mine? Die war da hinten irgendwo, ne? Ach so, die Mine, wo wir nicht raus kamen, die so scheiße war. Ja. Ne, da sind wir noch gar nicht reingegangen, weil du so Schiss hattest. Ach so, natürlich. Du hattest Schiss. Hä, wir hatten hier so viel abgebaut, warst du das? Das war... Und nicht ausgeleuchtet? Doch, das war ich. Was machst du? Oh, was war das? Was mach ich denn hier schon wieder? So. Da war ne Mine. Ne, wo waren die? Die war, ich glaub' die war ganz unten, oder? Ich glaub' die war... Wir müssen runter, das Wasser runter. Ich glaub' die war in deinem Kopf. Boah, ich hab' so im Durchschnitt 15 FPS. Hast du Angst? Nein. Nein. Wow, wow, wow. Das ist sehr wenig. 15 FPS. Ich glaub' du hast Angst. Oh, da ist ein Eisen. Ich hab' gar nicht Angst. Ich brauche... Ich hab' gar nicht Angst. Du hast selber Angst. Ich... Wie geil. Wo war'n jetzt hier... Wo war'n jetzt hier das fucking Eisen? Ich hab' doch da irgendwo Eisen gesehen. Leute, schreibt's in die Kommentare, wo das Eisen war. Ne, Spaß. Schreibt's in die Kommentare. Da ist Cola super sexy. Oh, Erfahrungspünktchen. Super sexy. Boah, ich bin Level 1, weil ich ein paar Mal gestorben bin. Unter anderem zweimal von Daniel erledigt worden bin. Level 10, Alter. Du hast keine Beweise. Ich weiß nicht, ob das da anliegt, dass ich deine FP... deine Erfahrungsbunde geklaut hab', aber ich bin auf jeden Fall Level 10. Ich hatte gar keine. Das war ja das Peinliche. Ach so. Ja, das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen lächerlich für dich, ja. Das macht dich zum größten Spaß, die da hier rumrennt. Oh ja. Aber das ist kein Problem. So, wo ist die fucking Mina hin? Wo waren die? Fucking Mina? Hast du die irgendwie gefunden? Ich glaub' da hinten, oder? Ja? Was ist denn? Ja, auf einmal Lava! Da sind wir doch lang gegangen. Äh, ich weiß nicht genau. Scheiße, ich hätte mir das Video angucken sollen. Ich weiß nicht mal, wo die Mine ist. Wo bist denn du? Äh, ich bin am anderen Ende von der Schlucht. Ja, da ist aber nicht die Mine. Ja, hab' ich auch grad gesehen, ja. Ist mir auch aufgefallen. So, ich hab' übrigens Mitleid bekommen von Lucati596. Hat gemeint, hier, wirklich ein Monat gar nicht schön. Weil ich hab' ja erzählt, dass ich kein Internet hatte. Ja. Ja. Das war nicht schön, ich weiß. Ja, ich... Aber mittlerweile bin ich wieder voll on the line. Und, äh, wie gesagt, tüchtig am Aufnehmen. Irgendwie hab' ich das Gefühl, dass hier das alles anders aussieht. Ich hab' irgendwie das Gefühl, dass du das verwechselst mit einem anderen Server. Nein. Oder? Nein. Ich möchte da hoch. Ohne, jetzt kommt wieder meine Wasserkunst. Jo, das geht... Oh Gott, ich hasse das Wasser hoch so. So, Jodi. So, jetzt haben wir es aber gleich. So, da kann man rauf. Super sexy. Nein. Ausfuhr böse. So, wunderschön. Das kann ein bisschen dauern. Das ist nicht so klug. Boah, liegt. Das habt ihr das gesehen. Habt ihr es gesehen, Leute? Ich ticke aus hier. Ich komm' das Wasser nicht hoch, weil das leckt. Keine Ausrede. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Es ist unfassbar. Ich hab Redstone gefunden. Geil. Geil du Scheiß. Baust du noch was aus Redstone dann? Irgendwas cooles. Ja, ich könnte mal ein paar Sachen bauen. Ich baue nur irgendwas, wo man dich töten kann.